Du bitte der Feinde, du bitte maut. Du bitte bitte, du bitte. Du bitte. Du bitte. Du bitte. Du bitte. Nein, aber es lebt euch. Wie wärs mit gar keinem? Doch, ich muss. Ich bin Babyracer in Ausbildung. Was bin ich dann? Äh, ein Pflegefall. Alles klar, bis später. Tschüss. Du Jeevka. Wie heißt das nicht, Oxygon? Weißt du das, Pentagon? Das ist super. Trump, Pentagon, nein, warte. Pentagon. Wie sagt man stürmen auf Deutsch? Stürmen. Digga Niklas, was machst du eigentlich immer? Das hört sich so an, als würdest du dich grad mit deinem Mikrofon boxen. Niklas? Er hat verloren. Digga. Ich schwöre. Wieso? Wieso kann ich denn jetzt Jamie nicht mehr? Digga, ich hab's nicht gespielt. Es macht keinen Sinn. Ich klick auf unseren Chat. Achso, es macht Sinn. Er ist offline. Nein. 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 Was? Nein. Nein. Mit dem... Punkt Neustart, den ganz schnell rot Dings springst. Weißt du? Boah, Digga. Das ist... Entschuldigung. Ich bin... Was ist... Hier grade passiert. Ich kann das nicht händeln. Jetzt ist hier ne unsichtbare Wand. Hä? W... Jetzt hab ich verloren. Ich hab nicht... Erwickelt. Mutter. Sagt. Ey, hier ist die Mutter. Lass sie einfach und geh oder ach egal, siehst du dann. Dann... Das ist definitiv die Mutter. Und sie hat dann... Dann auch... Total wenig geschrieben. Das ist definitiv die Mutter. Trust me. Und jetzt ist ja immer wieder Lara im Spiel. Lara sagt jetzt nämlich, und die hat jetzt endlich mal Quality Content zu sagen. Die sagt, ihr möchtet. Dann... Schreibt... Ja, was sagt sie? Okay. Dann... Schreibt mal mit Doppel D. Ihr kennt mich so... Ihr müsst mich so lieben und lernen... Ne, lernen und lieb... Hä? Lernen und lieben? Lieben und lernen? Wir haben schon gelernt, dich so zu lieben, wie du bist. Es ist okay. Sag mir, was es ist, dass die Rennstrecke für mich am Anfang immer so unglaublich easy ist. Und dann geht's ganz schnell. Backup, Digga. Mal zu... Ähm... Jump. Übermode. Meine Verteidigung? Nein. Okay. Mensch, jetzt braucht sie hier ein Outfit. Mensch. Hallo, das wird nackt gemacht. Hallo. Real Archelogist... Archelogist... Arch... Archelogist? 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 Gloves? I don't know. And stylish Arch... Ich renne los. Ich renne los. Oh, was mache ich hier? Nein! Ich hasse mich. Hä? Aber meins. Irgendwie doch nicht. Eins, zwei, drei, vier, 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 vier... Kann ich nicht zählen, bin ich zu dumm. Immer noch Risky springen. I don't get it. Ja, ich hab's... Ich hab's... Ich hab's immer noch im... Ich... Ich spiel... Digga! Ich spring nicht mal Risky! Der... Dieses X... Gis... 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 Ausmus 5. Jaaaa! Das ist äh... Ich hab mich grad... Ich hab mich grad ein bisschen verpackt, weil ich ausgetappt hab beim Aussteigen... Äh was? Ah... Cannabispflanzen. Ich hab grad Cannibalismus-Pflanzen gelesen. Was? Das sieht toll auch einfach aus wie du. Pass auf. Oh Gott. Meat. Der GOOD ist nicht so getrohlen. Ah fuerte. AhQatik. I think he ist, das ist ja auf dem Mood einfach. Vorum hab ich drei Schwänze? Ich misse ein Windschatten mit, Maja. Okay, dann. Ich bin... ...gelaufen gewesen, gesein. Gelaufen gewesen. Ich bin... ...sein. Ist es schlimm mit dem Stehenbleiben? Ja. Bist du die feinste kleine Maus auf der Welt? Ja, der Fein. Oh, der Fein. Hallo, der Fein. Hallo, der Fein. Oh, du fürs Küsschen. Oh, fine. Ich lieb sie. Mit meinem Herzen. So, oh. Okay, sorry, Toni. Aber Mandy kann ja gar nicht kontrollieren, ob wir bis ins Schloss reingerannt sind. Ich kann doch einfach wieder umdrehen. Ich höre wieder. Wieder wieder umdrehen. Okay, und wieder umdrehen. Da, 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 oh mein Gott. Oh, oh, sie hat geguckt. Oh, da hat sie wirklich geguckt. Ne, das kommt einfach drauf an, wie schnell man ist, oder? Ach, man kann doch schneller laufen? Ja, sie so, wer ist das? Kennt die jemand? Oh, du Engel. Was war das denn? Ey, ich muss pissen. Ciao. Hallo? Oh, Digga. Ja, oh Gott. Äh. Ich hab mich an wie noch wohin zuhören. So, funktionieren die alle noch so, wie sie sollen. Das ist gut. Wenn irgendwas funktioniert, wie es soll. Naja, nicht so wie bei dir. Hallo? Hallo? Tut mir leid, das kommt manchmal einfach rausgeschossen. Achso, du bist nett heute. Ja, anscheinend nicht mehr. Achso. Scheiße, das kann man nicht verstehen. Jetzt hab ich's realisiert. Und was soll? Irgendwie, jetzt muss ich wieder normal werden. Ich bin so geil durch die Kurve gekommen und dann ist ein Ferdstein geblieben. Perfekt. Also ich bin wie ein Baum gelaufen, aber...